Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dupes und diesmal etwas ganz Besonderes, denn ich habe bei Douglas bestellt und zwar die Douglas Collection und wer sich so ein bisschen auf der Webseite oder auch in den Store schon mal umgeschaut hat, dem wird das ein oder andere Produkt aufgefallen sein, was einem ja doch schon sehr verdächtig inspiriert von beliebten, sehr sehr teuren Make-up Produkten ist. Und deswegen dachte ich mir, machen wir heute nochmal eine neue Runde Dupes, diesmal mit der Eigenmarke von Douglas und ich habe etwas ganz Besonderes für euch und deswegen würde ich vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und hüpfen direkt in das Video. Ich hoffe, es geht euch gut, ich bin sehr sehr aufgeregt, ich habe das Paket schon ein paar Tage hier und habe aber so viel Content vorgedreht gehabt, dass ich einfach nicht dazu kam, diese Produkte zu benutzen. Wir haben Dupes zu Anastasia Beverly Hills, ein Produkt zu Becca, ein Dupes, wir haben Dupes zu Chanel, zu Kevin Aucoin, zu Dior. Es ist sehr sehr viel, wir haben sehr viele Produkte hier und ich würde vorschlagen, ich verlinke euch alle unten einmal in der Infobox über alle Produkte, die ich heute spreche, dass ihr euch da selber so ein bisschen durchklicken könnt. Ich habe tatsache auch nicht alle Produkte gekauft, die ich da gesehen habe. Ich wollte erstmal schauen, ob euch dieses Konzept so ein bisschen gefällt, die Eigenmarken zu testen. Und ja, ich würde vorschlagen, wir starten direkt mit dem ersten Produkt. Tatsache mache ich vorher meine Skincare, ich habe nämlich noch nichts drauf und damit starten wir. Ich starte mit dem Big Booster von Uncorrupted Beauty, dem Hyperhydration, 3% Triple Hyaluronic Acid, Panthenol und Moisture Retain Complex. Ich rede mit euch ja häufig über die Beauty-Industrie und ich probiere immer in mein Content auch so ein bisschen was Informatives reinzubringen. Und oft zeige ich euch auch oder sage euch, hey, das Produkt wurde in Deutschland hergestellt, das Produkt wurde in der EU hergestellt, aber, und darüber haben wir noch nicht so oft gesprochen, ist, wie viele High-End Brands, also Luxusmarken in Deutschland produzieren. Und das ist etwas, was wir uns so ein bisschen zunutze machen können, denn es gibt Uncorrupted Beauty. Ich habe das bei Mamako neulich gesehen, ist schon eine Weile her und fand das ziemlich spannend. Ich habe mir das Video angeschaut und mich so ein bisschen mit der Brand auseinandergesetzt und fand das so cool, dass auch dieses Video in Zusammenarbeit mit Uncorrupted Beauty entsteht. Bei Uncorrupted Beauty ist es so, ich zeige euch hier mal was, was ich extrem spannend finde und da müssen wir darüber reden, weil es etwas ist, was mich auch so ein bisschen motiviert, diesen Content weiterzumachen, weil ich einfach mittlerweile durch die Entwicklung von eigenen Produkten weiß, wie es läuft. Ihr zahlt für teure Produkte und deswegen ist mein Content auch sehr, sehr stark Richtung Dupes gegangen. Ihr zahlt für die teuren Produkte einfach Unmängeln an Aufpreis für den Markennamen, für Marketing und für Sachen, die eigentlich mit dem Produkt selber gar nichts zu tun haben. Packaging, Marketing, Namen, Patente, diesen ganzen Schmarrn, alles das Ganze. Uncorrupted Beauty dreht den Spieß so ein bisschen um und das ist das Krasse. Die produzieren in denselben Produktionsstätten wie die High-End-Marken und haben so Zugang zu den ganz besonderen Herstellungsmethoden und haben so dieselbe erstklassige Qualität und auch das ein oder andere Dupe-Schätzchen. Ich habe ein paar Produkte getestet, die ich euch gerne zeigen möchte, weil sie meine Routine so ein bisschen geändert haben und dadurch, dass ich natürlich auch nochmal einen anderen Blick auf Produktion und Entwicklung habe, ich das sehr, sehr spannend finde. Bei Uncorrupted Beauty habt ihr die Möglichkeit für einen kleinen Mitgliedschaftsbeitrag im Monat, aktuell gibt es eine richtig coole Aktion, kostet die Mitgliedschaft nur 1 Euro im Monat, habt ihr die Möglichkeit mit diesem Mitgliedschaftsbeitrag die Produkte zu den regulären Handelspreisen zu kriegen, ohne diesen übertriebenen Aufschlag. Das sind wirklich extrem faire Preise. Wie gesagt, ich wiederhole mich, ich kenne die Kosten für Entwicklung für Produkte und das passt alles. Und das Schöne ist, die Sachen sind extrem qualitativ hochwertig. Ich habe hier einmal den Big Booster genommen, das ist ein wundervolles Hyaluronsäure-Serum, was sehr schön einzieht. Es ist eine dreifache Hyaluronsäure, das heißt, sie kann verschiedene Ebenen der Haut erreichen. Ich habe aber einen Favoriten. Ihr kennt mit sicher alle Dr. Barbara Sturm, die Brand aus Hollywood. Und jeder und jede redet über Dr. Barbara Sturm, aber ganz ehrlich, der Preis, der auf diese Produkte ist, ist völlig exorbitant. Und dafür gibt es das hier, den Big Booster Daily SPF 50 Plus Drops. Der ist wasserfest und den könnt ihr in die Pflege mit reinmischen und habt dann Lichtschutzfaktor in eurer Pflege. Und dafür benutze ich die Glacier Water Intentions Moisture Creme. Die ist so, so dick und reichhaltig. Ich nehme mir einfach ein bisschen raus, nehme einen guten Pumpkopf, meistens nehme ich zwei SPF Drops rein, mische das Ganze und verteile mir das im Gesicht. Und habe eine so krasse Pflege. Ihr werdet es gleich in meiner Haut sehen. Übrigens, die Dr. Barbara Sturm Drops kosten für 30ml 130€ bei Uncorrupted Beauty für nur 16€ mit der Mitgliedschaft. Und ich habe natürlich auch einen Rabattgut, damit gibt es nochmal 5% extra. Ganz, ganz wichtig, das Ganze ist kein Abo, sondern wirklich nur eine Mitgliedschaft. Ihr könnt das Ganze jener Zeit kündigen. Und ich muss aber noch ganz kurz über diese Creme reden, weil das ist, also da merkst du auch wirklich diesen Luxusaspekt. Wenn du die fühlst, wenn du die Augen schließen würdest und probierst, diese Creme zu testen und zu fühlen, das ist super, super reichhaltig und luxuriös. Und diese Creme ist ein Dupe zu der Chanel Hydra Beauty Nutrition Creme. Da kosten 50g 65€. Ich glaube, ihr wisst es mittlerweile, ich liebe Produkte, die gut sind, aber ich möchte dafür nicht den vollen Preis zahlen. Ich sehe es einfach nicht ein, weil ich weiß, wie es funktioniert. Und wenn ich die Möglichkeit habe, Uncorrupted Beauty Produkte zu benutzen, die dieselben Produkte haben, nur halt ohne diese Marketingaufschläge, ohne diese Packagingaufschläge, dann ist das eine ziemlich, ziemlich gute Sache. Ich verlinke euch Uncorrupted Beauty einmal unten. Ich erzähle euch aber gleich noch was. Ich habe nämlich auch noch dekorative Kosmetik, die natürlich auch Richtung Dupes geht. Und wir starten auch mit dem ersten Mega-Produkt. Und das ist diese Foundation hier, die Ultralight Nude Wear Foundation. Das ist, glaube ich, ein Dupe entweder zu der Dior Nude Foundation oder zu der, wie heißt sie, Lancôme Foundation. Ich blende sie euch hier ein. Die Ultralight Nude Wear Foundation. Ich habe sie leider nach voll schön Farbe, ist eine Medium Coverage, 12 Stunden Long-Lasting Hydration, 96% Ingredients of Natural Orgent. Packaging sieht aus wie das High-End-Produkt auch. Ich zeige euch aber ganz kurz einmal meine Haut. Und jetzt seht ihr, wie schön prall und mit Feuchtigkeit versorgt diese Haut aussieht. Das ist so, so krass, wie vollgepackt mit Wirkstoffen diese Creme in Kombination mit den Daily SPF 50 Plus Drops ist. Wir kommen zur Foundation. Ich nehme mir ein bisschen was auf meine Mischplatte. Das ist leider wirklich die falsche Farbe. Sie ist viel zu gelb und viel zu dunkel. Ich mische mir ein bisschen Blau mit rein. Und wieder ein bisschen weiß. Also Medium finde ich die schon nicht. Das ist eine Full Coverage Foundation. Deswegen nehme ich wirklich erstmal nur eine ganz, 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 ganz kleine Menge, weil die extrem deckend ist. Ihr könnt mir aber gerne einmal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Erfahrungen mit der Douglas Collection gemacht habt. Da bin ich tatsächlich wirklich super gespannt, weil ich habe tatsächlich noch nie etwas davon getestet. Und bin auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen dran vorbei. Erzähl mir nicht, dass das eine Medium Coverage Foundation ist. Das ist eine Full, Full Coverage Foundation. Ich kann mit der Menge auf meinem halben Gesicht vermutlich auch noch die andere halbe Seite machen. Und jetzt seht ihr auch, wie schön sich die Foundation mit der Creme auf meiner Haut verbindet und die Haut super, super frisch aussieht. Das ist ein First Impression für die Make-Up Produkte. Die habe ich tatsache auch wirklich alle noch nicht probiert. Deswegen schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Also ich hätte die Menge auf jeden Fall auf beiden Seiten meines Gesichts auftragen können. Aber sie fühlt sich tatsache leichter an, als ich sie erwartet habe. Ich hatte sie vorhin auf meiner Hand geswatcht, einfach um zu schauen, wie ich die Farbe finde. Dadurch wusste ich, dass sie natürlich nicht so gut passt. Und da fand ich sie schon recht dickflüssig auf der Hand. Das ist eine pastigere Foundation, aber sie sieht auf der Haut ausgeblendet sehr, 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 sehr schön aus. Was ich ganz spannend finde bei Douglas und bei Uncorrupted Beauty in dem Fall, ist, dass sie alle wissen, welche Produkte gut und beliebt sind und wissen, wie es funktioniert. Und das merkt man schon, auch wenn man die Foundation jetzt auch in Kombination mit der Pflege sieht. Es sieht sehr, 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 sehr schön frisch aus. Es hat sich nicht zersetzt. Wirklich, wirklich schön. Wir machen weiter mit einem Concealer. Da habe ich zwei. Einmal von der Douglas Collection den Eye Optimizing Concealer, Full Coverage Concealer. Das ist ein Dupe zu diesem Ding von Kevin Aucoin. Da ist zwar ein bisschen mehr drin. Ich habe das jetzt bestimmt schon drei Jahre und du siehst nicht, dass ich da irgendwas rausgeholt habe. Das ist eigentlich nur Pigment mit einer Basis. Super, super deckend. Ich bin nicht der größte Fan von diesen Töpfchen-Tiegeln als Concealer, aber wir probieren das Ganze mal aus. Ich habe ihn in der Farbe Honey Beige 15. Er ist sehr, 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 sehr cremig. Ich arbeite ihn mir auch erst in der Hand ein und setze ihn dann direkt hier unter die Augen. Also ich arbeite bei solchen Produkten auch immer gerne erstmal mit einem Pinsel, um zu schauen, wie viel Deckkraft... Wahnsinn. ...das Produkt hat. Du siehst schon, du brauchst eigentlich gar nichts. Du siehst direkt einen Unterschied. Krass. Das Problem bei dem Kevin Aucoin Concealer bei mir ist zumindest, dass ich ihn viel zu dunkel habe und der, glaube ich, aber 60 Euro gekostet hat. Und ich weigere mich, ihn wegzumachen. Ich bin der Meinung, dass ich irgendwann diesen Concealer nutzen kann. Ich weiß zwar noch nicht unter welchen Umständen, aber irgendwann funktioniert das. Der gefällt mir vom Auftrag sehr, sehr gut. Er ist schön cremig. Er ist super, super deckend. Und du brauchst nicht viel. Und die Sachen sind auch überraschend. Also günstig, billig waren sie nicht. Sie waren im Vergleich zu den teuren Produkten, ich würde immer sagen, 50% günstiger. Packaging ist natürlich nicht ganz so spektakulär wie das von den High-End Brands. Aber das wisst ihr, das ist mir persönlich völlig egal. Okay, gefällt mir ziemlich gut im Vergleich. Es gibt von Uncorrupted Beauty auch einen Concealer. Das ist der Lightweight Liquid Concealer. Der ist mir persönlich ein bisschen zu hell, um ihn als Concealer zu benutzen. Aber der ist ein ganz spannendes Dupe zu dem Dior Flash Luminizer. Der hat einen ganz spannenden Flock-Applikator, der sehr klein komprimiert ist, oben aber ein kleines Reservoir hat. Und damit kann ich mich hier nochmal so ein kleines Highlight setzen. Und der sorgt dafür, dass alles richtig schön aufgehellt wirkt. Die Deckkraft ist nicht zu hoch. Also es ist eher nur so ein, es gibt dir so ein Highlight. Er ist recht dünn. Er erinnert mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen an den hier von Yves Saint Laurent. Hält super schön auf. Okay, super, super Kombi. Wir lassen das Ganze mal. Wir haben nämlich noch was anderes. Und das habe ich ehrlich gesagt gar nicht verstanden, was das sein soll. Ein Skin Augmenting Bronzing Hydra Powder. Ihr erinnert euch mit Sicherheit alle an das Becker-Produkt, dieses Puder mit Wasser. Das war ja völlig beliebt und auch sehr, sehr teuer. Es war teuer. Becker gibt es nichts mehr. Douglas hat das jetzt als Bronzer rausgebracht. Und da bin ich ehrlich gesagt ziemlich skeptisch, wie das funktionieren soll. Wobei auf der anderen Seite das Problem bei dem Becker-Produkt war, dass das so ein bisschen immer die Farbe der Foundation geändert hat. Und das war dann immer ein bisschen zu warm. Deswegen glaube ich, könnte das sogar ganz gut funktionieren. Hier ist wie viel Prozent Wasser drin? Steht jetzt hier nicht drauf. Aber es soll einen Weichzeichner-Effekt haben. Fast genau dasselbe. Ja, es ist genau dasselbe so. Ich nehme erst mal ein bisschen was hier auf meinen Handrücken. Oh, es ist sehr nass. Und damit stempel ich jetzt einfach auf meine ungesettete Base. Weil hier ist ja Wasser drin. Und das sollte eigentlich dann funktionieren. Krass. Also es ist genau vom Feeling her wie dieses Becker-Produkt. Es kühlt. Es ist sehr, sehr nass. Und das ist eine ganz spannende Technik dahinter. Also da muss man sagen, das ist schon echt ein Game Changer gewesen. Das ist, also Wasser in ein Puder zu kriegen, ist natürlich erstmal physikalisch schon eine Herausforderung. Aber es funktioniert. Und es macht auch einen ganz besonderen Effekt auf der Haut, weil ihr dadurch wirklich nicht dieses gepuderte Finish habt. Also klar, es ist mattiert, aber die Haut trocknet da drunter nicht aus. Und das ist krass. Es ist ein First-Impression-Video vom Make-Up. Es riecht ein bisschen nach Kokos, äh, nach Kakao würde ich sagen. Aber es ist krass. Also wer das Becker-Puder vermisst hat, es gibt es auch von der Douglas Collection. Ich glaube, es gab es auch in normaler Setting-Powder-Version. Und nicht als Bronzer. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Die Haut fühlt sich aber nicht so ausgetrocknet an. Das muss ich mir nochmal genauer angucken. Highlighter gab es selbstverständlich auch. Und das ist die Farbe Bright Champagne. Könnte entweder, es hat, es gab viele verschiedene Farben. Bright Champagne erinnert mich so ein bisschen an Becker, aber... Oh, ein bisschen was von Hattie? Nee, 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 nee. Wisst ihr, was das ist? Der Amrezy-Highlighter. Nur halt in einer anderen Farbe. Sehr, sehr fest. Also es ist eine ganz spannende Textur. Es ist ein wunderschönes Pressing. Das siehst du, die Italiener können pudern. Er ist sehr zart auf der Haut. Du kannst ihn aber gut aufbauen. Ich finde ihn ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Ich bin ja nicht mehr so die größte Highlighter-Maus. So punktuell. Was ich aber total gerne mache ist, und das machen wir jetzt auch, mit einem großen Pinsel... ...die Base mit einem Highlighter zu setten, der nicht so intensiv ist. Das sorgt einfach für diesen Wet-Skin-Effekt, fixiert ein bisschen und gibt ein bisschen Bewegung in die Haut. Ja, krass. Also alleine, weil er schon so schön ist. Nice. Wow. Und jetzt, Freunde. Anastasia Beverly Hills liegt am Boden. Das war tatsächlich auch so ein bisschen die Inspiration für dieses Video. Ich habe Tatsache diese Palette oft schon in der Filiale gesehen. Ich gehe ja selten noch in Filialen. Ich kaufe es meistens alles immer online. Aber das hier kommt uns doch allen sehr bekannt vor. Das ist die Anastasia Beverly Hills Norwina-Palette, glaube ich, war das. Und die hat so einen Pinsel mit drin. Wunder, wunderschöne Farben. Ich liebe die Kombination aus warmen, braunen Tönen, schwarzen Tönen, dunklen Tönen und Lila. Und wir schminken daraus jetzt einen krassen Look. Ich starte mit einem fluffigen Pinsel und gehe direkt in die Farbe Ultra Violet rein. Das ist ein Hot, Hot Lila. Und den presse ich mir hier in den Ton. Was mich so ein bisschen bei Anastasia gestört hat damals, war natürlich A einmal der Preis. Und ich finde, das tut mir so leid für die Marke, die haben so ein bisschen ihren Hype verloren. Sie sind, glaube ich, bei, was Lidschatten angeht, nicht mit der Zeit gegangen. Auch die ganze Beauty-Industrie so an Content hat sich ja auch komplett geändert. Aber die Qualität ist top. Die Farbe ist sehr pigmentiert, lässt sich gut verblenden. Hat ein bisschen Kickback in der Palette. Ihr seht's, ne? Aber ich meine, da ist sogar ein Pinsel mit dabei. Das ist schon heute selten. Sie fühlt sich extrem schwer an. Sie fühlt sich deutlich schwerer an, als die Anastasia Beverly Hills Palette. Und ist günstiger. Ich verdunke mir das Ganze mit Deep. Das ist so ein sehr, sehr kühler, dunkler Ton hier außen ans V. Wow. Und blend das in die Lidfalte. Die Palette hat's in sich. Oft ist es so. Nicht immer, aber oft ist es so, dass Make-up-Dubes meistens eher so ein bisschen... Naja. Also, man hat natürlich nicht immer genau dasselbe Ergebnis bei den dekorativen Produkten. Aber hier finde ich es, glaube ich, noch schöner als das Original. Okay. Wir nehmen meinen Finger, gehen in die Farbe Purple. Rain. Setzen das hier mit rüber. Amethyst. Sehr, sehr schön. Ich liebe Lila. Und ein bisschen ausgeblendet. Ist jetzt ein einfacher Look. Einfach, um euch mal so ein bisschen zu zeigen, was das Ganze kann. Aber hat extrem gut funktioniert. Wow. Okay. Ich glaube, Freunde, das hat sich definitiv gelohnt. Ich liebe die Base. Ich liebe die Augen. Ich liebe die Skincare. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und es zeigt uns einfach, dass wir uns wirklich ab und zu mal auf günstigere Alternativen verlassen sollten. Es gibt so viele Produkte, die einfach einen völlig überteuerten Preis haben. Und das hat man hier gesehen. Schaut euch unbedingt bei Incorrupted Beauty einmal um. Nutzt die Chance, die Mitgliedschaft für aktuell nur einen Euro auszutesten. Mit meinem Robatgut könnt ihr nochmal auf die Produkte dann sparen. Und ihr habt einfach eine ganz, 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 ganz tolle Qualität zu einem deutlich günstigeren Preis. Ich bin extrem überzeugt davon. Und ich weiß, dass ihr es auch sein werdet, wenn ihr euch ein bisschen mit dem Konzept auseinandergesetzt habt. Und versteht, warum und wie das Ganze möglich ist. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.